Moins, Servus, Guten Tag und Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Let's Play Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, der sieht, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe Moins, Servus, Guten Tag und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Donkey Kong Country Tropical Freeze Wir machen weiter mit Welt 5.5 Gelee Fatal Fatal ist die letzte Folge auch gewesen Die nehme ich nämlich direkt, die habe ich gerade eben aufgenommen und nehme ich direkt die nächste Folge auf. Ja, es ist tatsächlich passiert Wir beginnen und ich habe immer noch Angst und ich habe immer noch Angst Ja Ich habe gerade eben eigentlich schon angefangen aufzunehmen, aber ich habe vergessen die richtige Aufnahme zu starten Hast du mal ein Like dafür? Ja Okay, dann geht's los Es ist wieder Saftmaschinen am Hintergrund Röhren mit Saft drin Da ist ein Puzzteil Lecker Wackelpudding 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 war ein Puzzleteil Wie wir aufnehmen Aufnehmen musst du halt Motivation genug haben Und dann musst du Zeit haben und dann musst du halt alles haben So, ich nehme das ganze Tag an Oh Gott, da war Okay, okay Hallo, komm raus Dankeschön Und, Dankeschön Und da kommt natürlich nichts für Und die Pinguine, die haben auch Spaß auf dem Mugglepudding Ach, deswegen Gelee Jetzt habe ich es verstanden Okay, da ist ein Herz Ob es das wirklich Ich habe es eigentlich nicht befreien Weil das so ein geischungskranger Pinguel rumhüpft Alter, was stimmt mit dem So, Puzzleteil Nummer 2 Thanks Warte mal, komm ich da durch? Ich komm da durch Okay Da unten wäre bestimmt noch was gewesen Aber ich habe das K Ich habe das K Ich habe auch einfach mal Hoffnungen, dass da unten nichts ist Und wenn da unten was war, weiß ich wo was gefehlt hat Lol Da ist ein Schalter Da war ein Schalter Ach, das ist da wirklich cool Das gefällt mir Das kann nicht schlimm sein Das ist cool Das ist cool Erstmal getroffen Aber wir haben unsere Fähigkeit also Ach du Scheiße Ganz ruhig Wir haben ja unsere Fähigkeit Da kann man sich gerne mal ein Herz gönnen Aber am besten nicht hier Weil hier sind überall diese Gegner Äh Schützt der irgendwie ab? Das ist schon ein Bonus Okay Wieder ein Kanonenbonus Okay, der Bonus Ja, der ist möglich Der war ein DKZ ja schon immer möglich Achso, steht da auch möglich Und man kann... Ja, perfekt Direkt der an die Mitte auch schon Ja Sagen wir die Mitte haben Ja, easy Ich guck zwar irgendwie... Der Donkey Kong bewegt sich so schnell Ich komme da gar nicht mit Aber irgendwie habe ich es geschafft noch immer zu fahren Das ist wichtig So, drei von sieben Und hier ist... Wieder ein... Oh nein Nein, es ist die Schalt... Rechte Ohrmarsch Oh nein Perfekte Leistung von mir Achso, mal ein Like dafür die Leistung Wobei ich bin so ein Profi Ich brauche die Gegner gar nicht zum Hüpfen Easy Gar kein Ding Ja genau Jetzt steht da im Hintergrund das Ding Ach du Scheiße Okay, okay Wir haben schon lange kein Puzzleteil mehr gesehen Ich würde gerne wieder ein Puzzleteil kriegen Weil wir schon das End haben und uns noch vier Puzzleteile fehlen Wir werden sowas von nicht alles haben Oh, da ist ein Schalter Vier Ach, mit den Grünen kommen wir höher Jetzt Okay, okay Ja, das ist... Das ist... Das ist nice Das ist schön Weg Gut Wir gehen in das Fass Weil da unten sehe ich nichts mehr Okay, boing boing Gisch bumm Und da ist jetzt hier Hallo Oh lol Jawoll, schlagen wir uns raus Und Checkpoint Okay Da ist nichts mehr, weil die Kamera nicht mitgeht Okay, gut Da ist aber bestimmt ein Puzzleteil Oder auch nicht Ah Okay Ja Ja Nummer fünf Perfekt, nur noch zwei Dann hätten wir den Lachs Ganz schön schnell geschafft Und da war ein Herztrink Guck mal So, ich hab noch Hoffnung Wenn das wir alles kriegen im First Try Das müsste im Rahmen des Möglichen sein Und jetzt werden die Grünen hier Zack Dann springen wir höher und es geht Okay Okay, wir haben aber schon das G Und es wird immer noch zwei Aber wir wissen ja, wo eins sein könnte Das war ja relativ am Anfang Das machen wir kaputt Weil da ist ein Herz Genau, ein Puzzleteil drin Okay, sechs von sieben Wir haben vielleicht noch eine Chance Wir haben vielleicht noch eine Chance Wir haben immer noch sieben Herzen Kommt da noch irgendwas Bezelles, ne? Nur das Okay Okay Okay, das war jetzt nicht schwierig So wurde das sogar automatisch angesammelt Finde ich gut Was man da nur klopfen muss Das ist jetzt nicht so versteckt gewesen Aber nice Dann haben wir es ja jetzt, oder? Es kommt ein bestimmtes Ziel gleich Oh Gott, jetzt muss ich timen Ne, das ist doch nicht schlimmer Kann man nicht sterben Ja, passt Da muss man timen Aber easy Und zwölf Münzen als Bonus Ja, easy, Alter Sechs Sechs Minuten Sechs Minuten Für dieses Level Gebraucht So wie ich das sonst sehen Das war jetzt ein schön chilliges Level Jetzt fehlt noch eins Und dann ist K-Level Wenn wir das jetzt schon Level auch so schnell geht Wobei ich muss ja bis jetzt nicht schneiden, ne? Wir machen einfach mal die zwei Level Und dann gucken wir Das kann nämlich alles passieren Fünf, sechs Eis im Spiel Zwar mal bei Saft Jetzt geht's zu Eis Im Spiel Und statt am Stiel Lustig Immer diese Wortwitze In den Eis-Level-Namen Das finde ich echt Das finde ich nice Das ist mal Das ist lustig Das freut Das gefällt mir Das ist schon nice Ja, jetzt haben wir hier Eisklötze Anstatt Geschirr der Klötze Pfff Jetzt wird's kalt Und als Vorbereitung auf die nächste Welt Denn wir wissen ja, dass Dickens Insel eingefroren ist Und hier muss man nicht mit Bouncen Bouncing Plattformen Beschäftigen, sondern mit Bomben Um das hier zu kaputt zu kriegen Okay Warte mal, das hat sich bewegt Kann man das aufschlagen? Löl Okay Schnell Deko hat sich Nur zu Ach du Da waren totaler Zacken Die wollten doch nicht mal aufspießen Aua Pfff So, dann schauen wir mal Die Musik ist aber schon geil, ne? Die ist schon geil Okay Und auch ganz viel unterschiedlich Und sie sind nicht immer die gleiche Das ist auch cool So, ich würde gar nicht das erste Puzzleteil kriegen Damit ich weiß, wie lange das hier ungefähr geht Und nicht von dem Eisblock getroffen haben Komme ich da runter? Okay Okay Da ist der erste Bonus Da hast du hier schon unser erstes Puzzleteil Okay Der Bonus ist einfach mit Dixie Kein Ding Abfall hat das Spiel ja Mitleid Weil das hat ich den letzten Part gesehen Hat gesehen, wie ich da leiden musste Und jetzt darf ich mal ein Part chillen Ein bisschen Weil die letzten Parts irgendwie alle so folter waren Ja Aber es macht trotzdem schon Bock Es macht schon Bock Also, ich habe jetzt nicht keinen Bock mehr Sondern Auch wenn ich 40 Möbel für ein Part brauche Es macht mich trotzdem irgendwie Bock Du schuldig Ich rage zwar Und bin ich sehr schlecht gelernt aus Aber es macht trotzdem Bock Das muss ich einfach sagen Sonst würde ich jetzt keinen Part mehr aufnehmen Ach du Scheiße, was ist los? Ja, safe Oh mein Gott, ich lebe noch Ich lebe noch Ich hätte einfach auf die Tick gehen können Nicht laufen So, ich Ich höre in die Fähigkeit, damit ich den Herz bekomme Ich habe keinen Bock Bis mit meinem Mädchen zu verlieren So Oh nein Okay But But Komme ich mit den Fischen da hoch? Ich weiß nicht Komme ich da überhaupt hoch? Irgendwie Irgendwie ja nicht, ne? Ich muss da auch noch So So komme ich da hoch Und wenn da kein Puzzleteil ist, dann weiß ich auch nicht Was ist denn Münze, Digga? Wie ist denn da hoch? Achso, das ist noch das Ja Das friert sich auch wieder entspannt ein, manche So kalt ist, zu kalt für die Pflanze, die fritt sich direkt wieder ein Ja, ganz frisch, hallo Jetzt so bringt mir das nix, du Drecksding Jetzt so bringt mir das nix Ich höre es auf dein Puzzleteil spawnt Ich höre es auf dein Puzzleteil spawnt Okay, jetzt spawnt kein Puzzleteil Ich hab dich grad komplett umbringen lassen Mit dieser dummen Banane Das müssen wir nochmal machen So Jetzt haben wir den nacksten Lomme Und da komme ich doch gar nicht ohne Treffer durch Oder muss ich einfach nur so ducken Das könnte sein Egal, da ist ein Checkpoint Wir sind natürlich vor dem Checkpoint gestorben Nehmen wir wer mit Und die Banane, die gibt mir hoffentlich ein Puzzleteil Weil ich weiß immer nicht, wie viel Puzzleteil Es gibt noch einen Puzzleteil Es gibt noch einen Puzzleteil Und was sind? Fünf Okay, es ist wahrscheinlich auch kein so langes Level Ich hab Hoffnung Jetzt kommt das Eis im Spiel Okay 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 Ich hab's, ich hab das Aber das Ding ist, es ist nur nicht gesaved Ich hab keine Fähigkeit zum Oh nein Oh nein Ich muss da durch Ich muss da durch Ich muss klopfen, ich muss klopfen Der muss weg, der muss weg Okay 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 Alles gut Wir haben immer noch nur ein Herz für Dixi Okay Vielleicht zählt da unten schon was Unser Puzzleteil Nummer 3 Kriegt halt mal wieder ein Herz Das ist wohl der Dixi auch sehr gefallen Das gefällt Dixi kaum So Da könnte was geben Nein Oh Gott, das ist ja im Hintergrund gewesen Holy Shit, das war im Hintergrund Hätte ich selbst nicht stehen können Und nochmal Checkpoint Dann ist das auch gesaved Dann ist das auch gesaved Gut Gut Okay Das sind die Blöcke, die roten Blöcke Also auch schon Eis Ich duck mich mal wieder Genau, deswegen Jaaaa So funktioniert das So funktioniert das Ja, okay Halt, stopp Ich will das mitnehmen Wie kein Puzzleteil, das ist allein Oh nein Da muss ich mich gar nicht ducken Oh mein Gott Oh Gott Ganz ruhig Möchte er hoch Glaub nicht Hoffentlich Hände ich mein Herz Ah Wir wollen nicht aufgeschpist werden Okay Wieder unten ist was Da unten ist was Hallo Ah, ich seh es, ich seh es Ich seh es Nein Lass mich da wieder lang Oh mein Gott Ich dachte schon, ich komm da nicht mehr hin Okay Oh okay Ich hab schon Angst Ich glaub das hab ich noch gesehen Gut Zack Nein, nicht so Zack Wir haben auch schon vier Puzzleteile Oh lol Oh lol Oh lol Oh lol Oh lol Okay Stark Hehehe Egal Okay Das war ein wildes Das war ein wilder Bonus Okay Kein Puzzleteil für mich Das geht noch weiter runter Ich nehm das geht gleich mit Bevor ich noch Keine invisible frames mehr hab Da oben ist nix Okay Geh runter Das, das, was zum drücken Hab ich gesehen Oh, wichtig Kein Puzzleteil leider Oh Gott Das ist viel als ob ich echt n Puzzlet Puzzleteil Oder Ich rutsch da runter Ich rutsch runter Ich hab nur noch aufs Ziel geguckt Dankeschön Eis Vielen Dank Das Ding ist, wie ich das jetzt ohne Dixie schaffen soll Das ist auch ne gute Folge, ne? Weil da drüben ist Was, ihr habt's genau gesehen? Yes, okay Wir kriegen alles Wir kriegen alles Okay, das haben wir gesaved Und jetzt noch ans Ziel Ohne Dixie Ohne Dixie Jawoll Ich bin so gut Ich bin so geil So Da Wir müssten jetzt eigentlich erst bei zwölf Minuten sein tatsächlich Wie machen wir's jetzt? Ich probier das K-Level einfach Wird's halt wahrscheinlich ein längerer Part geben Aber ich brauch das K-Level Dann hab ich's halt hinter mir und kann mit dem nächsten Part schon in die nächste Welt gehen Man muss ganz viel ausnutzen, wenn man schon solche zwei Lack-Level hat 5K-Plattform-Patsche Ich will mir Ne, ich nehme keinen Ich hab mir gar damit meine Weißer nicht, ob's einen gibt Plattform-Patsche Mit Plattformen hat's bestimmt was zu tun Ob's so kurz ist wie das letzte? Das wär geil Aber ich hab's auch wieder Jetzt hab ich Oh nein Oh nein Das weiß ich von Domi Das weiß ich von Domtendo Nein Da gab's so ne knappe Stelle bei dem Du musst so aufpassen auf diese goldenen Dinger Ich hab definitiv Angst Oh Gott Du musst mich auch richtig konzentrieren Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ehre Okay 1 von 5 Und hier gibt's keinen Combi-Gleiter, muss man auch aufpassen Holy Shit Okay Hier könnte nichts positiv drin sein Ne Herz Na gut, macht Sinn Jesus Chill Chill Ich bin noch drauf Das geht mir zu schnell Ich hätte nicht weitergehen, weil ich hätte stehen bleiben müssen Scheiße So Jetzt chillen Chillen, 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 chillen Erstmal chillen, erstmal chillen Erstmal chillen Dann zack Zack Das Ding ist ja auch Man muss alles einsammeln Weil überm Puster sein kann Man muss die ganze im Rhythmus bleiben Die Scheiße hat kein Checkpoint Die Scheiße hat kein Checkpoint Die Scheiße hat kein Checkpoint der Puzzleteil. Alter, das ist ein Krampf. Okay. Lass mich da rein. Okay. Ich muss draufbleiben. Das ist auch noch getimed. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Level? Ich habe schon einen Herzklopf. Ich habe schon einen 180er Puls beim zweiten Puzzleteil, weil es so viele knappen Stellen gibt. Oh Gott. Das ist heute ohne Kongo. Ihr seid doch da oben nicht mehr ganz dicht. Oh Gott. Progress. Und schön. Ich muss da nicht im Ernst alle Bananen sammeln. Wie soll ich das ohne Kongo machen? Wenn ich drauf springe, gehe ich gegen die Zacken. Guck mal, Leute. Deswegen habe ich Skorx mitgenommen. Deswegen habe ich Skorx mitgenommen, damit ich keinen Puzzleteil verpasst, weil hier ist anscheinend eins. Und ich kann mal denken, wo. Und zwar da drüben. Alter, bin ich froh, den aufgewählt zu haben. Holy shit, ich hätte es verpasst, hätte es noch mehr spielen müssen. Oh mein Gott. So, jetzt kommt der Lachs wieder. Und das bedeutet, dass hier eigentlich das vierte Puzzleteil schon kommen müsste. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh mein Gott. Was? 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 Mein Puzzleteil? Mein Puzzleteil? Mein Puzzleteil? Mein Puzzleteil? Was? Hab ichs? Ich hab's echt geschafft Die Stelle gerade Mit dem Hochjumpen Mit dem so knapp Ich bin Gott froh, dass ich's mit Dixie geschafft hab Zweitens Ich hab's bei Dom Tenor gesehen Der Boah Ich bin safe, ich hab's Schnell abspeichern Aber sofort abspeichern Oh, ich hätte das Puzzle so vergessen Oh mein Gott Es hat echt geklappt, es hat echt funktioniert Im First Try mit Dixie Ich bin raus, Freunde 25 Minuten ist gerade mal die Aufnahme Alter, mir ist alles egal Nächstes Mal gibt's den Boss Dann gehen wir in die letzte Welt Und ich bin dann fertig im Kopf Punch mit Punch Stark Bis zum nächsten Mal Hach rein Lass einen Like zum Gefangenen Danke fürs Zusehen Das war lustig Bis zum nächsten Mal Dein T-Gamer Und Ciao Dsch ops Dsch 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 Untertitelung des ZDF, 2020